Ich will, dass am Ende meines Lebens die Roma ganz anders gesehen werden. Natürlich lerne ich etwas von diesem, von allem. Das Zusammensein mit der Kenntnis trifft mich jedes Mal im Herz. Wir glauben, Gott kann Menschenleben verändern. In der Geschichte eines Mannes gehört, der ein Alkoholiker war. In gewisser Weise komme ich für mich selbst hierher, weil ich immer wieder ermutigt werde. Ich bin ein sehr, sehr positiver Mann und eine sehr positiver Frau. In jeder Situation haben wir immer noch lebe und positive Ausgaben, die uns immer wieder erlaubt haben. Mein erstes Mal hier allgemein, das berührt mich sehr. Wie wichtig hier das Zusammensein und dieses Gruppengefiel ist. Davon können wir definitiv etwas mitnehmen. Ich liebe das Essen hier. Ich bin ein sehr mlader Mann und bin so sehr, sehr живter Mann. Sie sind so sehr, 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 sehr. Es sind so sehr, 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 sehr glücklich. Wir können uns alle wieder lernen etwas über das Buch. Die Dinge, die wir hatten und waren immer sehr, 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 sehr gut. Also, das macht mich dankbar. Zu erleben, wie ein junger Mann die Sicht hat für das Wasser beeinflussen kann in einem Umfeld, das die eigentlich eintrichten will, du bist ein Opfer, und das berührt mich zutiefst. Er wird gar nicht begreifen können, wie sehr ich zu ihm aufschaue. Das ist für mich extrem ermutigend, ihr Engagement zu sehen, dass dieses Dorf eigentlich berührt. Yes, people here have that hunger for God. Wenn wir zu den Häusern und die Gospen übernehmen, das ist wie, was ich sehen kann, ist wie ein Feuer. Sie sind immer stärker. Was bisher beeindruckend sind die Geschichten der Menschen hier? Zwei Gefühle. Auf der einen Seite Freude, weil sie wahnsinnig unbeschwert sind. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Perspektivlosigkeit in den Augen zu sehen. Wenn ich mir dann einige Lebensgeschichten vor Augen führe, beispielsweise von Igor zu sehen, wie weit er gekommen ist, ist das Selbstverständnis seines Dienens an Anderen. Ja, so man geht nicht nur eben zum Dienen, sondern wird selber gestärkt, ermutigt, eine andere Kultur zu erleben, stärkt den Charakter und das Verständnis. Ja, und das hebt da eben auch ein bisschen aus dieser Traumwelt aus. Ich denke, wir arbeiten zusammen für einen Ziel. Ich habe mein Herz hier verloren. Da hat sich etwas gefunden, das mich fesselt und es verbunden ist, wie du am Anfang gesagt hast. Das ist ein Teil meines Fußes.